In seinem US-Heimatstaat Wisconsin trauern Angehörige und Freunde um Andrew Peters aus Marshfield. Nach seiner Rückkehr aus dem Afghanistan-Einsatz der Amerikaner meldete sich der Soldat im vergangenen November für die internationale Legion der Ukraine. Die war von der Regierung in Kiew unmittelbar nach dem russischen Einmarsch vor einem Jahr gegründet worden und rekrutiert sich aus Legionären aus der ganzen Welt. Andrew Peters ging nicht ohne Grund in die Ukraine. Neben Französisch sprach er auch Ukrainisch und Russisch, fühlte sich dem Land in besonderer Weise also verbunden. Nach dem Afghanistan-Einsatz fühlte er, dass seine Dienstzeit noch nicht vorbei war. Andrew wollte bei der Verteidigung der Ukraine helfen, sagte sein Vater John Peters in einem Interview mit einem lokalen Radiosender. Doch sein Sohn geriet am 16. Februar mit seiner Einheit in schwere Gefechte und wurde von Granatsplittern tödlich getroffen. Er ist der inzwischen siebente ehemalige US-Soldat, der an der Front in der Ukraine fiel. Wir sind alle sehr stolz auf seine Tapferkeit und seine selbstlose Aufopferung, sagte der Vater.